Ah, hoi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Part 2. Wir sind ja jetzt in Monteregioni angekommen und äh, haben hier vor der Stadt aufgehört und müssen jetzt mit Marco reden. Äh, jetzt haben wir Mario, die will Auditore, und dann. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du, warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihren Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteregioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteregioni wäre ein Feind von Florenz. Hm, jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Da oben leuchten wir so eine Glühre. Hier sind wir. Casa, deutsche Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du so weit bist, dann fangen wir an. Einfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämpfst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. So, Taschengeld, sehr gut. Das ist 95, mein Geburtsjahr, voll geil. Und dann machen wir jetzt die Glühwe da oben. Oh, Strichcode, nice. Moment mal. Kann ich dir mal am Handy eins, gell? Das muss ich jetzt schon gucken. Wenn der aufhört, so dumm zu leuchten könnte er wohl. Ich glaube, der kann nur schon so weit. Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe so eine coole App irgendwo, wenn ich die finde. Moment. Moment. Da, Barcode Scanner. So. Äh. Aufzuleuchten. Äh. Er kriegt es nicht hin. Es dauert zu lange. So, äh. Muss ich das Artloger machen? Unbekanntes Programm kompilieren. Die macht nicht. Sie wird vererbt. Okay. Dankeschön. Nachkommen. Datei freigeben. Er trug ihn bei sich. Finde sein Erbe. Äh. Den Apfel? Oh. Wird so direkt gefunden. Äh. Äh. Könnte hier ein Apfel sein. Ist das ein Apfel? Ich glaube nicht. Äh. Houdini beginnt die Flut aus der chinesischen Wasserfalterzelle. Äh. Er muss auch irgendwann Apfel sein, oder? Nein. Da nicht. Äh. Will ich das wieder ausmachen? Oh. Das sieht aus wie einer. Äh. Obwohl da ist. Ich habe ihn gefunden. Ich bin Profi. Ebenen Splitter 1. Okay. Ähm. Gandhi beim Salzmarsch. Äh. Okay. Das ist er nicht. Da ist er. Profi. Profi. War es das? Äh. Noch eins. Passcode gefunden. Ja. Eingeben. Dass er nicht automatisch eingibt. Nein. Ich muss extra noch um die Taste drücken. Alle abspielen mal. Nein. Das war. Das war die Taste? Nein. Das war zurück. Okay. Auf jeden Fall war es ein kurzer Ausschnitt nur. Äh. Da können wir nicht hochklettern. Aber hier bestimmt, oder? Äh. Ja. Können wir erst mal auf den Turm von der Villa Auditare. Irgendwie. Ist die Grafik ein bisschen. Die ganzen Sachen spawnen so ein bisschen spät, finde ich. Aber ich habe eigentlich nichts umgestellt. Was soll denn das? Na ja. Egal. Was ist das? Das ist so Kodexwand. Ja. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Ich glaube mal, die ist hier drin. Gehen wir mal rein und gucken. Kodexwand. Kodexwand. Wir sehen es nicht hier. Außer wir können hier. Okay, doch. Sie ist hier wahrscheinlich. Wir können hier rein. Und dann müsste sie jetzt hier sein. Oder sie ist oben. Aber es sieht aus, als wäre es hier. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Wir ordnen ein Menispiel. Nein, ich mag ein Menispiel. Ich hätte gerne ein Menispiel gehabt. So wie dieses Bilder entschlüsseln. Das ist ganz lustig. Wenn man schlag genug ist und nicht so dumm wie ich. Äh. Das sieht aus wie so ein Fighting-Dings. Ein paar Stiefel kaufen. Hier Stiefel. Schulter haben wir schon. Und dann noch einen Dolch. Waffenrad. Oh. Oh. Das tut mir leid. Das tut mir leid doch. Glaub mal. Den Arzt auch suchen wir mal. Wir haben doch schon Vollmedizin. Dann ein andermal. Medizin kaufen. Ich habe schon Medizin gekauft. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Und jetzt? Achso. Gut. Na ja. Wir haben hier sonst irgendwas. Oder? Schieht nicht so aus gerade. Dann weiß man die Quest. Ich mag teuer sein. Aber meine Ware. Hier ist ein Inventar. Ja. Dann sag ich hier. So wird er öffnen. Aber nee. Erst mal auf die Klinge. Hallo? Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Ist doch eigentlich ganz schön hier drin. Vor allem von innen. Der Marmor da. Oder was das ist. Ist doch ganz hübsch. Lernen wir jetzt Sachen von ihm? Von Marco. Polo. Mario hieß ja nicht Marco. Ich hab die alle auseinandergenommen. What the fuck? Für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Natürlich nehmen wir das an. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Doch, eigentlich schon. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, nicht zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine-Ezio. Ich sagte doch bereits. Mein Vater war ein Pfeffersack. Ich habe jetzt geschafft. Ich werde doch geschlagen. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pferd, das mit unkürer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge. Also sag mir, dass du auch deine Kodex-Seite haben wirst. Kodex-Seite. Checkmate. Er konnte, den konnten wir schon vorher. Den wurde der ganze Zeit benutzt. Provozieren. Das ist ein Kampf. Probiert es auf. Ihr könnt mich nicht treffen. Pro diesem Weg werde ich immer in Erinnerung bein. Sehr gut. Ich bin ein richtiger Profi. Ich werde natürlich direkt kaputt schauen. Kortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Okay, dankeschön. Ich sehe sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Moment mal was. Mein Vater war ein Assassinen. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden sind. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er seine ruchlose... Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe gerade. Ich konnte ihn einfach aus. So wie ich es immer mache. Richtiger Profispieler. Armer kleiner Weg. Stirbt, um Befehlen zu folgen. Tja. Go. Profikämpfer. Für alles, was ihr mir gart. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut. Du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In drei Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein. Wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet. Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Bieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wurde zu erwarten, denke ich. Bei seiner Herkunft. Okay. Wenn es dann wirklich so einen zweiten Story-Schrank gäbe, wo man wirklich einfach nach Spanien abhauen kann und ein schönes Leben da lebt. Und wenn dann hin und wieder mal so ein Typ kommt und dann verprügelt es. Da leuchtet was. Ich will dabei sein. Da hin leuchtet auch was. Ich glaube, das ist nicht wichtig, oder? Äh, untersuchen. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne sich hier zu berühren. Güten und doch beide gemeinsam. Sonne und Mond vielleicht? Was, 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 was steht da? Äh, 0 von 2 Stunden. Also, ich muss die, glaube ich, finden erst irgendwo. Oder kaufen. Das muss ich wahrscheinlich dann machen. Ähm. Ähm. Wo soll ich hin? Vielleicht nach oben. Das kann sein, oder? Bilderrahmen? Ach, stimmt. Man kann Bilder kaufen. Freerunning im Haus ist nicht die beste Idee. Älö. 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 Älzio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Okay. Gesammelte Federn in die Truhe packen. Federn ablegen. Wir haben ja schon... Sechs? Sieben. Sieben Stück haben wir. Gibt's da mehr als eine Queste da draußen? Machen wir einfach alle. Questen ist super. Wuhu. Äh. Ne, wirklich gibt's da mehrere Quests jetzt? Sah so aus. Ach ne, der Questmarker ist einfach in einem anderen Marker drinnen. Also zu diesem... Zu dem anderen Ort, wo wir jetzt hin müssen. Auf jeden Fall. Hui. Das ist super. Ich liebe diese Teile. Äh. Ausgang, Ausgang. Rechts, links, rechts hier. Sehr gut. Mischen das hier alles. Äh, drück sie ein Pferd reiten. Na, Fanny? Kiste. Moment, Fanny. Absteigen. Absteigen. Nein, nicht wieder. Fanny, what the fuck? Ernsthaft, Fanny. What the fuck? Kisten sind wichtig. Ich will den Kunsthändler hier in die Stadt holen, damit ich hier eine neue Karte haben kann. Muss ich ihn einfach finden? Also muss ich ihn kaufen, oder muss ich ihn irgendwie... Weiß ich ihn nicht. Finden, oder was auch immer. Irgendwas gibt's ja bestimmt schon, äh... Ich weiss, das ist der falsche Weg, der hier gerade lang reitet, oder? Ja, locker. Ach. Perfekter Sprung. Ich sollte Kunstreiter werden. Äh, San Gimina... Gimi... Nya... San... Gimignano... Keine Ahnung. Die Stadt halt. Wie sind's da? Äh, Aussichtspunkte. Äh, gibt's keinen. Doch, da hinten. Ich wollte zuerst den Ausgaben haben, oder ist er jetzt in der Stadt schon drin? Ne, der ist zu weit weg. Dann reden wir jetzt erstmal mit, äh, Mario. Hallo? Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Haha, Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer. Ich möchte helfen. Va bene. Dann hör gut zu. Okay. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Hm, akzeptieren. Wie lange haben wir noch? Plötzlich ist es noch dann. Wir haben noch einen Barcodescanner offen. Und auf der Uhr-App haben wir noch zwei Minuten. Das könnte knapp werden, in dieser Mission hier. Auf zwei kann ich die Klinge öffnen übrigens. Habe ich gerade gemerkt. Nun gut, Ezio. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Ach, Wurfmesser, sehr gut. Dann lasst uns beginnen. Alle Taco! Äh, falsch, dass ich gerade Tab gedrückt habe wegen Wafferrat und GTA. Messer werfen. Warum wäre ich echt immer gesehen vorher? Das ist voll nervig. Okay, und jetzt die Mauer hoch. Ich hätte die Leiter nehmen können, aber ich wollte das hernehmen. Abgestochen. Sehr gut. Na, den Hebel betätigen. Wo ist denn der? Ich nehme erst nochmal den Steckbrief hier ab, damit ich weniger Aufmerksamkeit habe. Das ist richtig nötig in dieser Mission, aber er war hier halt gerade auf dem Weg. Äh, ja. Sehr gut, Ezio. Spring nicht über den Stand, sondern mach einfach so einen coolen Sprung da. So, einfach hier interagieren. Oh, das war der Part. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.